Erstens, welcher Drache? Zweitens, wo ist der? Soll ich jetzt runtergehen? Ganz so schön im Pumpenhaus drin. Ach doch! Aber ich glaube, das ist Lydia, die da spricht. Wo bin ich denn da rausgekommen? Da vorne? Die Buttonhalle? Da waren wir doch auch schon drin. Ich will auch nicht alles nochmal abklappern, ne? Ja gut, das ist die versuchende Stadt, das weiß ich ja mittlerweile. Wer schießt denn da? Jetzt trifft sie auch nicht mal. Ja, schön getroffen. Sehr gut. Wo geht's hier hin? Bestimmt nach Falk, Falk, Schwarz. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, wo? Ja, wer? Ja, wie? Wo denn? Hä? Da! Jetzt frage ich mich natürlich, wo verdammt nochmal muss ich eigentlich hin? Ja, Lydia, geh mal vor. Du machst das schon, ne? Das war kein guter Trank für die Situation. Okay, treffen. Genau, hau einfach ab. Getroffen. Gut, keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich hole erstmal den Drachen ab. Oh, noch ein besonderer Drache. Schwert der Feigheit. Also da oben hab ich hier so'n, ne? Kreuz. Zwei Stellen mit... Äh, mit Questmarkern. So, gehen wir da nochmal hin. Vielen Dank für den Tipp. Mit der Kugel. Da vorne. Äh. Äh. Hier. In die Debattenhalle. Gehen wir rein. Okay, und jetzt. Bin ich wieder da. Soll ich hier drüben durch? Bin ich wieder in der Schwarzweite? Dann soll ich da hinten hin? Ich geh da einfach mal lang. Gespeichert habe ich ja durch das hindurchgehen. Da scheint mir wieder ein Portal nach oben zu sein. Oder Fahrstuhl. Also so richtig, richtig ist das wohl auch nicht. Von Nizag. Mhm. Bin ich denn jetzt? War ich hier schon mal? Das müssen wir unsichtbar machen. Ruinierte Bücher. Ja. Der höchsten Schießkunst. Geil. Äh. Zwegenhelm. Truhe haben wir da noch. Brauche ich nicht. Zum Kochen. Ich scheine eine gelebt zu haben. Herausforderung des Waffenschmieds. Brauchen wir nicht. Kennen wir schon. Zweiklingsaft ist ja auch selten. Pimmerschilz. Äh. Schimmerpilz. Hm. Hier waren wir letztes Mal jedenfalls noch nicht Kerzenlicht. Gut, gut. Hm. War einfach. Gut. Ich glaube, ich glaube, Freunde, wir sind hier richtig. Das Ding sieht aus wie jenes, was man für den Stab des Magnus missbraucht hatte. Bloß in einer anderen Form, in einer anderen, ja, irgendwie sieht es doch ein bisschen anders aus. Aber es ist ähnlich. Zumindest die gleichen, den gleichen Aufgang. Ach, so ein Ding. Da unten geht es irgendwo lang. Jetzt noch ein paar Bücher. Journal von Doct. Hm. Keine Ahnung. Okay, der wollte irgendwas aufzeichnen. Boah, dröhnt aber laut. Hab ich was falsch gemacht? Boah. Mir scheint, als fehlt hier noch irgendwas. Ich kann nur zwei bedienen. Hä? Reise nach Irkentan, das müssen wir auch bald machen. Ähm, wer setzt das Lexikon? Hm. Oh. Ach, das ist irgendein Versammlungsraum hier. Guck mal. Das ist ja schon geil gemacht, muss man mal sagen. Aber ich hab trotzdem keine Ahnung, wozu das Ding gut ist. Ich hab den Würfel jetzt da reingepackt. Ob das jetzt richtig war, weiß ich aber nicht. Speicher gerade mal. Himmelsrand. So. Bin ich denn jetzt? Ist da mein Haus? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Hm. Karte? Ja, das ist in der Nähe von meinem Haus. Äh, ich hab trotzdem jetzt, glaube ich, noch nicht das gefunden, was ich finden wollte. Ich weiß jetzt den Ort der Elder Scroll? Nee. Ja. Versetzt das Lexikon. Ja, warte mal. Wir haben noch dieses Buch bekommen. Druckts oder Drufts, Druckts. Wie hieß er denn? Dru, Dru, Dru. Druidra Dru, wie hieß er denn nochmal? Schade, dass ich das nicht nach Erhalt sortieren kann. Erhaltsdatum. Lalalala. Hm. Hm. Tja, ja, ja, ja. Aber diese infernale Maschine. Ich kann das nicht alles wortwörtlich übersetzen, deswegen klemme ich mir das mal, bevor ich mich hier irgendwie blamiere. Ich versuche das bloß gerade nachzuvollziehen. Putting the box in the hole made it all come to life. Ja, aber nicht alles. Fünf Ringe, aber nur vier Knöpfe. Die meiste von, die meisten von denen arbeiten nicht die ganze Zeit, wenn die Lichtlinien angehen, sich mehr öffnen. Hm. The light through the knowledge through the machine rests on the cube. Das Licht durch das Wissen durch die Maschine ruht im Würfel. Ja, das ist, äh, verstehe ich nicht. Hm. Ich glaube, ich werde nochmal reingehen. Da muss es doch irgendwie weitergehen, warte mal. Turm von Sarg. Habe ich den Würfel da noch drin? Was ist denn das da? Achso, das ist der Würfel, ne? Interessant. Das sind doch immer andere Zeichen, guck mal. Mhm. Muss ich denn hier irgendwie mit Licht arbeiten? Äh? Äh? Hä? Oh. Warte mal, hier hat sich ein dritter geöffnet. Warte. Vielleicht ist das eine Kombination. Da, jetzt ist der offen. Ähm. What the fuck? Hä? Ja, sicher. Was passiert denn hier? Ich seh gar nicht durch. Ne. Ne. Ist es das, was ich glaube? Oh. Ich geh mal gucken. Warte. Mal sehen. Die Schriftrolle der Alten. Ich hab sie gefunden. Huh. Lydia, wir haben sie. Alduins Fluch. Die ist die Schriftrolle an der Zeitwunde. Welche Zeitwunde? Hm? Ich hätte ja die... Kann ich die nicht entwegen, die Dinger? Und wo scheinen sie hin? Die scheinen alle weg. An welcher Zeitwunde? Ich sollte sie jetzt noch nicht lesen. Ich habe die Schriftrolle der Alten entdeckt, mit deren Hilfe Alduin von den alten Nordhelden in die heutige Zeit verbannt wurde. Wenn Patorax, Patornax, recht hat, dann erblicke ich, wenn ich die Schriftrolle in der Nähe der Zeitwunde lese, eine Vision der Vergangenheit, in der die Alten Nord den Schrei Drachenfall gegen Alduin einsetzt. Tim. Ist doch nicht eigentlich... Na egal. Ähm. Gut. Also. Wow. Ich bin mal einen Schritt weiter gekommen. Dann gehe ich jetzt erstmal die Nürnwurzeln... Abbrechen... Abgeben... Abbrechen. Ah, jetzt hat er den Turm auch an den. Also. Nochmal. Nein. Gut. Wir gehen zu unserem Saretihof. Ich hoffe, es ist Tag. Wahrscheinlich gerade nicht. Ähm. Und dann gehen wir zu Patornax. Zur Zeitwunde. In die Vergangenheit. Da bin ich auch mal gespannt. Es geht weiter. Oh, nee. Halt, 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 halt. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Komm ich auch rein? Nein. Natürlich. Ich wollte zwar eigentlich gerade nicht schlafen und benachten. Du kannst nicht warten. Wir in Final. Nee, hier sind... Nö. Naja, dann soll ich mal herkommen. Ich kann das auch, Junge. Ja. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh. Bom. Das habe ich mal für Luschi-Pfeile. Guck dir mal die Pfeile an. Wir sterben noch heute, Drache. Äh. Ja. Lass mich mal andere Pfeile nehmen. Ähm. Entweder die. Oder Stahl. Wo kann das werden? Ich habe gar nicht mehr so viele, ne? Vielleicht soll ich mal welche einkaufen. Was? Wo? Genau. Hauptsache, ich habe meine Schusslinie. Oh. Schlemmschwanz getroffen. Er hat ja gut gesessen gerade. Ist der denn wirklich tot? Nein. Der ist nur gestolpert. Der steht gleich wieder auf. Da muss ich nur ein bisschen aufwärmen. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ach, da bist du ja. Ich habe Sinderions Überreste gefunden. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenigstens starb der arme Sinderion bei seiner geliebten Feldforschung. Vielleicht mache ich eines Tages dort weiter, wo er aufgehört hat. Nun, ich habe purpurne Nirnwurz für euch. Ihr habt etliche davon gesammelt, wie ich sehe. Ich werde Sinderions Notizen durchsehen, um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden. Hier. Ich danke euch. Ihr habt der Alchemie einen großen Dienst. Ich möchte euch diesen Band geben. Was? Band? Das ist eines der größten Werke Sinderions. Ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ach komm, das will ich doch gar nicht wissen. Ja, 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 das habe ich gemerkt. So, ich wollte ja nicht nur das Buch lesen. Sinderions Dingenskirchen haben wir bekommen und Nirnwurz, irgendwas mit Nirnwurz. The Elder Scroll. Wow. Ich habe tatsächlich einen Elder Scroll bekommen. Dürnwurz, ein Missive von Sinderion. Steht da irgendwas Interessantes drin? Scheint ein ausführliches Buch zu sein. Aber wo sind denn sein Feldjournal? Das hat er mir gegeben? Hat sie mir... War das das? Ich glaube nicht. Na gut. Ähm, ja. Nee, ja. Ja. Nee. Ja. Ja. So. Meins, 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 meins. Na gut. Ähm. Als nächstes, zur Patonax. Am Arsch der, äh, am Hals der Welt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Ihr habt sie. Die Kell, die Schriftrolle der Alten. Jawohl. Die Krach, Kalos. Die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Wo ist die Zeitwunde? Hier? Da? Soll ich das hier jetzt machen, oder wo? Hä? Warte mal.